ein wunderschönes willkommen zurück so wir verstecken uns hier immer noch ein bisschen ich weiß nicht so recht ich habe so die vermutung willst mich verarschen der läuft jetzt ja auch direkt hierher gleich haben wir glück und es funktioniert mal so naja geht in die andere richtung ok da ist noch so ein schneller läufer was machen die jetzt los kommt haut ab schön wieder nach unten in euer nästchen wo ihr wart ich kann jetzt mal so richtig schön hier jungen das sind auch kolosse kann jetzt nicht hier guck mal jetzt könnte ich doch hier ein geiles foto machen oder was ist denn jetzt kaputt jetzt kann er auf einmal nicht mehr hier trampeln oder was oh nein witz man zieht euch das teil mal rein kann das sein dass er gerade direkt vorm haus parkt also ich habe seinem knie schon quasi in unser gesicht gesehen ach man ey was soll denn das jetzt hier ich wollte eigentlich da schön ein paar dinger noch aufbauen in der hoffnung so ja wenn er gleich ankommt dann kann ich dir in die luft jagen sagen wir haben jagen ich sie habe Bye bau 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 Jetzt haben sie mich sowieso entdeckt. Wow! Junge, mach keinen Scheiß hier, ey! ... ... ... ... ... ... ... Was ist da hinten eigentlich für ein Fahrzeug, boah, so? So, wo steht er denn jetzt? Da hinten. Uh, das war knapp. Na toll. Die schöne Küche. Tja, ich würde sagen, so viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr, ne? Verdammt, ich glaube, ich habe nicht mal getroffen. Okay, er läuft da jetzt lang. Oh, verdammt. Okay, die Kälte. Oh, jetzt macht er ernst hier, oder was? So, wir sind tot. Wir sind gestorben. Kannst weggehen. Was soll denn das jetzt, Junge? Zieh ab! Dabei läuft er auch weg. Können wir nicht hier hinten raus? Verdammt! Gibt es hier keinen Hinterausgang? Hey, komm schon! Wieso gibt es denn hier keine Terrassentür? Was soll denn sowas? Oh, ich glaube, hier unter der Treppe bin ich. Bin ich immerhin halbwegs sicher. Jetzt liegt er los, Helo. Jetzt macht er ernst. Ich bin jetzt. Okay, das haben wir. Boah, Alter, ey. Die gingen ja ganz knapp neben mir runter. Der Sackkamp. Also sogar schön nach hinten schießen. Ja, toll. Und da steht auch schon der Nächste und wartet auf und so. Wie sehe ich das? Ja, jetzt haben wir wieder unseren Kamp. Boah, ey. Die machen ja richtig ernst hier, wa? Er ist nie los jetzt aber einmal. Das klingt ja wie Silvester, nur schlimmer. Boah, ey, was ist denn das hier? Jetzt machen die mal so richtig ernst, oder wa? Ich weiß im Moment gar nicht so recht, wer da schießt. Halt noch irgendwie Medi-Killt. Ich will jetzt mal hier... bisschen hinknien. So, einen Platz zuweisen. Quatsch, war ich jetzt zugewiesen. So, da ist nichts weiter. Hier steht nichts mehr, außerdem... Kerli, der bereits hofft, Chris. Aua! Mann, wieso hing ich da irgendwie komischerweise an der Ecke fest? Ich glaube, das sind auch zwei allmählich, oder? Oder ist das immer noch nur unser einer? Ne, ich glaube, da ist immer noch unser einer Freund hier. Boah, Mann, Jungs! Lass die Bude stehen! Ja, die Frage ist, ob das hier oben sinnvoll ist, ne? Ich glaube, nicht so wirklich sinnvoll ist. Ich weiß auch nicht, wie ich hier jetzt rauskommen soll. Oder ob ich hier jetzt hier... Ich meine, ich kann immerhin kämpfen. Und ich kann mich jetzt... Wenn ja, meine ich, so laut wäre, ich glaube, dann würde ich mich auch verstehen. Ich meine, ich könnte ja kämpfen. Und könnte dann anschließend mich hier wiederbeleben lassen. Hier nebenan. Wenn ich mal wüsste, wer da noch ballert. Da, er! Er ist das, der hier noch die ganze Zeit am rumballern ist wie so ein Irrwinniger. Ah! Nein, der hat ja geile Waffen. Da muss man ihn ja lassen. So, das war sein letzter Knall. Jetzt müssen wir uns nur noch hier um die großen Foto machen. So, Junge, zeig uns deine Schwachstellen. Wir sehen nichts. Junge, der nebelt hier alles ein. Nee, der ist Schrott. Naja, ich dachte, da ist dann noch einer. Gut, da so nichts wird von hier oben aus, von hier hinten, habe ich nirgendwo die Möglichkeit mehr. Nee, hier gibt es kein Fenster. Da muss noch ihn gut sein. So, so ein komischer Vogel sein. So ein Läufer. Da geht's nur wo. So, so... So, so... So, so... Okay, ich habe den Läufer gefunden. Stühle, können wir mal ein bisschen hier aus dem Weg gehen. Ach, das ist ja richtig herrlich, ey. Mal kurz hier... Mal kurz hier... So, was haben wir hier noch waffentechnisch? Äh... Ich glaube, wenn wir jetzt die blöden Stühle hier mal weggehen würden. Oh, Alter, was macht denn der da unten, oh? So... Ja, komm, solange dann muss er auch mal fertig sein hier. So... 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 Nummer Riese ist weg hier. Oh, guck mal, was da schönes Bein ist alles. Den looten wir mal fix hier durchs Fenster. Boah, was ist das denn von beiden Seiten hier, oder was? Komm, pfeift mal schnell Medi-Kill rein hier. Das... Da steht auf jeden Fall einer. Da stand auf jeden Fall einer. So, komm, und jetzt noch eher hier hinten. Oder? Nee. Hier ist gar keiner mehr. Jihah! So, komm, ich fix hier. Lass mal ganz schnell hier sammeln, was hier alles so rumliegt. Die-die-die-die-die-die-die-die-die-die-die. Ah, easy going. Hä, 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 hä. So. Na, Kumpel, was jetzt, ne? So, komm, hier haben wir es neidlich. So ist eigentlich auch blöd. Eigentlich würde ich ihm ganz gerne nehmen, hier so ein kleines Bildchen von unserem kleinen Freund hier haben, ne? Also, so ist auch ein bisschen blöd. Dass wir ihn so machen. Hier sieht die Textur von dem ziemlich matschig aus, oder? Machen wir es, glaube ich, so. Foto-Modus. So, jetzt machen wir den Fokuspunkt weiter nach vorne, auf die Robos. Irgendwie so halbwegs, sofern das geht. Da kriegst du fast nicht hin, ne? Da machen wir es so. Es geht nicht viel besser, leider. Bisschen matschig. So, komm her. Nehmen wir hier den neuen hier schnell fix mit. Was ist das denn? Das ist nur ne Hecke, ne? Ja. Das sah gerade aus wie so ein Militärbunker, sowas in der Art. Mir fällt gerade ein, hier oben ist ja Dings, ne? Wir könnten eben gucken, ob wir unsere Vorräte da gleich nochmal auffüllen. Hm. So, gelootet haben wir die alle, ne? Nicht, dass wir hier jetzt irgendwie einen vergessen haben, oder so, durch unsere Fotos. Ne, den dicken hatten wir auf jeden Fall. So, und ihn hatten wir auch hier. Ja, gut. Und den da hinten haben wir gerade auch gelootet. Sehr schön. Ja, gut. Dann hat das ja doch noch geklappt hier. Ach so, was sind wir diese komischen Robo-Viecher, ne? Ich dachte gerade schon, so, ne? So, zack. Bisschen Textil. Nochmal Textil. Und, naja, immerhin Medi-Kit dabei. Oh. Der hat seine besten Tage schon hinter sich, war. Hier drin ist auch so ein komisches Krabbel-Vieh wieder. Hier kannst du, glaube ich, nicht rein, ne? Ne, schade, hatten wir schon mal. Dann sagen wir denen nur einmal, guten Tag. Wie, noch eine? Alter, was ist denn hier los, so? Ey, guck mal, da müssen wir ein schönes Foto von haben, hier, oder? Guckt euch das mal an, ey. Das sieht ja voller mal hier aus. Also viel mehr an zusätzlichen Sachen kannst du ja gar nicht so schnell filmen. Jetzt haben wir hier ein Alles-Schönes. Irgendeinen Plan. Du hast eine Funkaufzeichnung gefunden. Demzufolge es noch andere Überlebende der Inversionen gab. Sie scheinen in einem Unterschlupf in der Nähe eines Landungsstegs bei Düwix-Ude untergekommen zu haben. Vermutlich irgendwo am Strand, nicht weit von der Kirchenzeiträume. Das hatten wir doch schon mal, oder? So, komm her. Wir bedienen uns erst mal. Also das Häusle hier hat sich ja gelohnt. Ey, das hier oben in der Medikette, das ist doch kacke. Da hast du auch keine Möglichkeit, irgendwie ranzukommen oder so, ne? Wenn ihr da irgendwie einen Tipp habt, wie ihr da rangekommen seid, oder ob ihr da schon mal rangekommen seid, dann haut es mal gerne in die Kommentare. Mäusserjagdgewehr. Kann ich dir auch mitnehmen? Ja, ich glaube wohl, ne? Wir können sowieso gleich jetzt mal zurücklatschen, da zur Kirche ist. Ja, gleich um die Ecke. Was war denn das für eins? Ich komm mir jetzt hier an. Ganz normales, ne? Ich glaube, obwohl ich glaube, die Zählfernrohre, ich weiß gar nicht, die hatten glaube ich gar keine Eigenschaften, oder? Also, dass die besser oder schlechter waren. Ach, hier geht's gar nicht nach rechts. So, im Gucken. Irgendwann springst du da hinter die Tür. Beim Heinz, du, hat sich da selber eingeschossen. Explodiert der eigentlich nach einigen Sekunden? Ist das noch so? Schau mal nicht. Das sieht ja auch geil aus. So, komm, ne? Der ist nicht weg jetzt her. Der nächste, der gegen die Tür sprengt. Oh, ja, ne? Oh, verdammt. Das hat irgendwie wieder Krach verursacht, ne? Irgendwo. Da oben. Da läuft er. Da. Ah, sieht man aber relativ schlecht durch die Fenstereinladung. Gut. So, die haben wir auch erledigt. Jetzt würde ich sagen, flitzen wir jetzt mal zurück zur Kirche. Sofern wir da jetzt hinkommen. Wenn nicht wieder eine halbe Armee da auf uns wartet. So, ganz klangheimlich hier hochschleichen. Ja, gleich sind wir da. Viel fehlt nicht mehr. Ich würde sie allerdings schon wieder trampeln. Die muss schon wieder so ein Riesenernäher sein. Komm her, wir machen mal die Tür zu. Oh nein, das war keine gute Idee. Eigentlich wollte ich mit rein die Tür zumachen und dann mit rein. So. Geht doch. Ich meine, so soll es sein. Ja, man kommt aus der Tür raus. Schöner Sonnenschein. Ist doch herrlich. So, kommt. Lasst uns hier nach oben gehen. Wir packen jetzt ein paar Sachen weg. Zack. So, gucken wir mal. Was haben wir hier in Feines? Hier haben wir noch bekommen. Zielfernrohr für Gewehre. Kann jetzt mal rüber. So, dann Waffen. Mäußer Jagdgewehr. Das hier war das andere, ne? Zack, weg damit. Sturmgewehr. Das war unser Mäußer Jagdgewehr. Ja. So, passt's. Munitionstechnisch. Oh, ach so. Rauchgeschoss. Ich wollte gerade sagen, wir hatten ja noch welche. Wollen wir mal die nicht verwendet? Aber es war nur Rauchgeschoss. Ah, wir haben vorhin, haben wir unglaublich viele von, welche sind das gewesen? Diese grünen Flinten-Munitionen bekommen, oder? Ich weiß nicht mal gar nicht, wo die sind. Da. Kaliber 12 Flintenlauf-Munitionen. Die haben wir eben viele bekommen bei den großen Robotern. Vielleicht sollten wir die mal mehr verwenden gegen die Roboter. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.